Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Klemmbaustein-Lyrik und herzlich willkommen mal wieder in der Welt von Minecraft, dem PC-Spiel, inzwischen ja von Microsoft aufgekauft, insbesondere bei Jüngeren beliebt, wo es darum geht, quasi wie bei Lego, kleine Steine zu zerlegen, wieder aufzubauen und dabei eben bestimmte Abenteuer zu erleben. Da gibt es eine ganze Menge Sets inzwischen, die sind auch sehr beliebt und dankenswerterweise habe ich dieses hier schon vor einiger Zeit geschenkt bekommen von Danny. Einige Zeit ist hier leider durchaus absolut zu sehen, das ist nämlich schon ein Set von 2014, es gibt es aber noch für knapp 30 Euro mit 262 Teilen. Das ist also noch nicht The Village, sondern das ist erstmal sozusagen der Vorläufer The Farm. Also die Farm, die wir da sehen, die wird sich auch noch wunderbar zusammenfügen mit dem Haus von Stevie. Aber da kommen wir am Ende des Videos zu. Ja, so sieht sie aus, die Farm und so sieht Stevie aus. Den haben wir ja schon öfter hier gesehen, hat sich wenig verändert, er lächelt und hat eben dieses Pixel-Gesicht, wie auch sein Teppichklopfer, wollte ich gerade sagen. Hier die kleine Schaufel, die er da hat. Auch das eben so Pixel-Look, das ist das typische ja bei Minecraft. Ich glaube, die meisten werden das doch hier und da schon mal gesehen haben. Und der eignet sich, glaube ich, auch hervorragend, um kleinen Kindern zu sagen, guck mal, wenn du zu viel fern guckst, dann hast du irgendwann mal so ein quadratisches Gesicht. Na gut, ich glaube, das wirkt heute nicht mehr, die gucken ja alle gar nicht mehr. Egal, ich schweife ab und erzähle erstmal darüber noch hier, dass wir auch noch ein Skelett dabei haben. Das ist sozusagen der Böse, obwohl er eigentlich gar nicht so böse aussieht. Hat Pfeil und Bogen, kann sich auch hinsetzen und ja, auch hier das quadratische Gesicht, das gilt auch für unser Schaf, das immerhin in Teilen aus Lego-Steinchen zusammengebaut ist. Hier die Füße erkennen wir da und eben dieses Quadrat-Gesicht, pixellig, wie auch die sonstige Gestaltung. Aber tatsächlich, man erkennt, es ist irgendwie ein Schaf. Noch deutlicher, finde ich, sieht man es beim nächsten, das ist nämlich eine Kuh, die sieht jetzt eher, ja, wie soll man sagen, sie schielt und sie guckt ein bisschen müde, hat oben auch noch ein paar Lego-Steinchen, ist gefleckt und das coolste an dem Teil, finde ich, eigentlich, ja, nicht nur, dass man meinen Kopf abnehmen kann, sondern das Eute. Das ist hier nämlich so rosa, einfach nur angedeutet, aber man erahnt es und weiß, was es ist. Und wie ich hier gerade sehe, diese Kuh kann nicht nach vorne oder nach hinten laufen, da wie ein Stein falsch gesetzt. Naja, das kann man ja Gott sei Dank noch ändern. Aber wir gucken uns jetzt mal die Farm an, da ist sie nämlich und da gibt es eine ganze Menge zu entdecken, weil hier wird nämlich angebaut, da ist nicht nur ein Bäumchen da hinten, sondern wir haben Zuckerrohr, wir haben Weizen in Fettig und in noch Zubachen. Hier sehen wir auch die Tiere schön im Gatter, damit sie uns ja nicht den Weizen wegfressen. Und ein wenig Wasser, das ist hier blau und alles, was grün ist, das ist irgendwie Weide. Genau, dann schauen wir mal genauer. Hier sehen wir schon mal den Wasserfall, so ein kleines Rinnensaal. Daneben dieses grüne, das ist Zuckerrohr und darüber, perfekt für Halloween, nämlich hier wachsen schon die Kürbis mit Gesicht. Ein paar Lampen sind hier dahinter auch, sieht ja auch ein bisschen dann romantisch aus. Der Baum hat schon so ein paar schwarze Flecken, beziehungsweise ist dann wahrscheinlich eine Birke. Hier sehen wir davor den Weizen, einmal in grün dahinter noch und schon in gelb, der ist dann schon fertig. Da haben wir auch schon das Brot, wie einfach, direkt neben dem Weizen das Gatter und das können wir sogar öffnen. Wollen wir aber natürlich nicht, damit unsere beiden hier nicht anfangen, die gute Ernte kaputt zu machen. Aber damit sie nicht runterfallen, wenn es mal wieder einen Erdbeben gibt oder ich damit hier vor der Kamera handiere, kann man die auch feststecken. Und da vorne, da ist noch eine Kiste. Da sagt hier die Anleitung, wenn man möchte, kann man da dann zum Beispiel seinen Kürbis schnitzen. Aber muss man ja gar nicht, der ist ja schon fertig. Das Ganze können wir jetzt eben kombinieren mit Stevies Haus. Das habe ich ja letztes Jahr hier schon mal vorgestellt. Auch das, ein Geschenk von Danny. Auch dafür nochmals vielen Dank und die kann man einfach zusammenschieben. Und so haben wir Stevies Haus zusammen mit einer Farm. Jo, meine kleine Farm. Das erinnert mich doch an irgendwas damals. Ach ja, gut, die 80er. Schön, da haben wir gleich den doppelten Stevi übrigens. Hat er mal gleich seinen Zwilling-Bruder mitgebracht. Da sehen wir, passt doch perfekt zusammen. Und dann haben zumindest die beiden Tiere auch noch ein Schweinchen, mit dem sie sich dann anfreunden können. Ja, die Anleitung wenig spektakulär. Bauzeit, ja, halbe Stunde. Also da ist nicht viel zu tun. Dicke Klötze sind es ja. Da ist nichts Kompliziertes. Richtet sich ja natürlich auch eben an Kinder. Ja, und hinten, da entdecken wir dann noch Hinweise, was man zum Beispiel noch anderes machen kann. Wenn man möchte, kann man diesen einen Teil des Flusses nämlich noch umbauen. Damit man nicht zu viel Kreativität entwickeln muss, steht es auch gleich wie. Nämlich zum Beispiel hier zu so einem kleinen Sprungturm. Ja, da kann man dann gleich mal, was weiß ich, Turmspringen üben. Oder man macht aus dem Gatter auch noch so ein kleines Türmchen, wenn man mal ein bisschen rumgucken möchte. Jo, das war's. Das war's mit diesem Set. Und damit kommen wir eigentlich auch schon zur Wertung. Ja, also Minecraft, ich hab's ja auch mal probiert als Spiel, hat mich nie so richtig gepackt. Also ich find's ganz gackig, dieses Abstrakte wieder. Dieser 8-Bit-Look erinnert mich schon so an meine Jugend. Aber es ist auf jeden Fall nicht so meine Serie. Also The Village hat mich auch noch gar nicht gepackt, dieses Riesenset, was jetzt im Sommer erscheinen wird. Deswegen gibt's von mir auch nur sieben Punkte für dieses Set. Aber es ist auf jeden Fall völlig okay und Fans haben's wahrscheinlich schon seit 2014. Das war's für heute und tschüss. Das war's für heute und tschüss.